Deine Witze sind für diesen Stream unentbehrlich. Den hatten wir vorhin auch schon. Mann! Ey, ich hab vorhin die komplett rausgeknattert, wie sie in meinen Chat kamen. Ich hasse alles, ey. Was waren jetzt nochmal die Fans? Vi, Scana, Graves. Wollen wir Varus into Zeri oder wollen wir Zeri into Varus spielen? Du bist mehr confident in Varus, hast du gesagt, ne? Ich bin fein mit beiden. Also an sich das Match-Up ist halt relativ entspannt für Zeri und Zeri ist dann später OP. Ich schau euch jetzt an. Okay Leute, jetzt ist du or die time. Du or die, lower bracket, run! Zwei Winners müssen heute noch kommen. Nein, 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 pass auf. Der spielt auch ein bisschen Jax, aber ich weiß nicht, ob das Bunworthy ist. Ne, wirklich Bunworthy finden. Du spielst auch Jax, ne? Ja, ja, klar. Ist das auch Blindable? Ja, klar. Willst du? Wenn der nicht ein richtig guter Gragas ist, dann ja. Er spielt, also sein Champion Bulls, Graves, Jax, Gameplay, Jon, Jace, Fiorer, Silas. Ich spamm euch jetzt nicht. Wollen wir eigentlich Jax first picken? Also ich würde sagen, Jax first pick klingt sehr gut. Wenn wir so Jarvan und shit contested haben, nicht, ansonsten gerne. Jarvan ist halt Counterbar mit Wukong, weißt du? Das ist ziemlich, ziemlich gut. Zola, wie wichtig ist noch Zeri? Wie wichtig ist Ash? Oh, können wir die Bunnen? Nein. Na gut, aber ich will ja nicht spielen, dann sollten wir die nicht first picken. Ne, also ich kann sie auch spielen, aber... Wir können auch einfach wieder Nautilus spielen. Ja, wir können auch einfach Jax gehen. Let's Jax sit, let's Jax sit. Let's Jax. Nice, let's go. Let's run auf Joraferspekt, so ist es nicht, aber... Kann ich bitte den E-Mount auf den Chat bekommen? Bitte? Da kommen nur Bär-Emounts dann. Warte einfach selbst an. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber dieses Gragas Matchup, das machen sie in der LEC auch immer? Das ist gefühlt nie wirklich gut. Das sieht nie gut aus inzwischen. Kommt auf den Gragas an und auf den Jax, aber mehr auf den Gragas. Was macht ihr jetzt zu Jax? Gar nichts. Ausgetribbelt, ey. Was ich immer sehe, ist die Jax-Russian-Mercs, aber dann habe ich gesagt, es ist gut Bärbel. Also hier, okay, schon wieder Asino. Mango hat nen Eis-Mmm-Emote. Willst du mich verarschen? Aaaaah. Wir müssen eigentlich Udi oder Wohli draften an dem Punkt. Und was picken wir in der Mitte? Und was picken wir als nächstes? Varus? Mitte? Ähm... Varus ist bad. Achso. Wir können Viktor gehen einfach. Oder Syndra. Kann sein, wir sie jetzt killen. Wir können einfach Viktor gehen? Ach, scheiße. Müsst du die andere Seite spielen. Oder Corki. Corki ist actually huge. No? Der ist richtig, richtig gut seit den Gritschändels. Sind alle fein mit Corki? Also ist das nicht theoretisch ein Counter für... Also ist Asino nicht ein Counter zu Corki gewesen? Nein, nein, nein. Der hat bloß sehr viel Pressure im Early. Also sehr viel Pressure im Early. Was machen wir neben Corki? Also wir gehen entweder Zeri oder Catelyn, würde ich sagen. Wenn die sonst nichts picken wollen. Honestly, Wohli ist es fein, aber nicht so okay. Ich würde mich auf Ceri sehen. Ich würde gern Ceri spielen. Ja. Wir könnten auch einfach den Kha'Zix raushauen, ne? Der gibt's auch. Kha'Zix? Können wir machen. Aber ich glaub dann gehen die Zeri und zwei Bands. Dann mach Ceri, dann mach Ceri. Dann mach Ceri. Aber ich mein, ich hab echt viel Bock auf Kha'Zix jetzt gehen. Ja, aber Kha'Zix wäre gleich... Also Kha'Zix wäre elettet sehr, sehr gut bis jetzt, ja. Aber die werden ja nicht spannen, ne? Wenn sie das hören schon, sonst... Hallo! Ich hab auch extra den Gragas gehoppert, ne? Also... Das wäre aber ziemlich... Nein. Kani? Nein. Oh mein Gott, Leute. Bo spielt endlich nen Carry. Let's go. In der L.C. In der L.C. Ja, er spielt Kindred. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal nicht mehr Playboy als Kha'Zix. Gut, dass wir nicht Kha'Zix gebildet haben, würd ich jetzt sagen. Also wir könnten legit einfach auf Mumu gehen. Aber ich glaub, wir haben schon zu viel AP, ne? Ist schon recht viel AP. Ja, ja. Also, ey, die Champion gegen Sek, da gibt's glaub ich nicht mehr so viel. Hm. Jarvan wär sehr geil, ist aber gone. Muckung auch gone. Muckung auch gone. Ja, sollte Verbands haben, meine Häschen. Botlane. Äh, also wir eaglen, oder? Mach mal Pike, 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 Pike. Ja, Pike. Ja, Pike, ist das ein Pike OTP? Oder Main? Ja, true. Der spielt real auch relativ viel, aber er ist glaub ich Latte. Ja, also wir enchantern hier. Was sind wir? Wir sind Blue, ne? Also, je nachdem was die picken, wir müssen nicht enchantern. Wenn wir blind picken, würd ich enchantern, aber sonst... Hm, hm, hm. Aber sieht schon eher aus. Ja, nicht so aus wie Nautilus sehr gut für uns. Aber gegen die? Gegen die? Also, sie sieht Nautilus eher hoch aus, oder? Ja, stimmt. Ja. Ja, stimmt. Aber wir haben halt... Also, wir müssen dann Side-Lane spielen, ne? Rematch. Hm. Hm, hm, hm. Das ist echt ein sehr guter Punkt. Ja. Das ist echt ein sehr guter Punkt. Wir haben schon ein huge Engage, ne? Die Gegner. Ein bisschen, ey, diese Wusti. Hm, hm. Und das mit Yuumi? Ja, die ist totgelaufen. Kann ich was... Ist das wirklich nicht spielbar? Hm. Also, ich mein, ich spiel sie, wenn ihr denkt, sie ist gut. Aber ich bin mir sehr sicher, dass sie tot ist. Ist keine Ahnung, die gut ist. Wenn ihr denkt, sie ist tot, ist sie tot. Geht mit Kha'Zix. Vertrau dir da. Ne, die ist tot. For real. Du gibst kein Movement Speed mehr. Okay, dann lass schon mal über Spopic nachdenken zusammen mit Kha'Zix. Was wollen wir denn spielen? Wir wollen eigentlich Recycling spielen, ne? Äh, ich würd Karma gehen. Ich geb ja erst mal Kha'Zix. Ich geb ja erst Kha'Zix, aber... Ja, ja, ja. Karma über Lulu? Wird ungern Karma. Warum willst du Karma? Ja, was ist sonst? Ich würd sagen, wir brauchen irgendwas, was so ein bisschen den Sekt canceln kann, maybe. Also sowas wie Jenna vielleicht. Ja, die ist gebannt. Achso. Wenn ich jetzt mal Thresh gespielt hätte. Und Renata? Ja, hab ich ja gesagt. Aber ist blind, ne? Ist scheiße. Ja, dann krieg ich ne Kamera rein. Ja, Renata ist auch mit... Was ist mit Amumu? Nee. Aber du kannst mit Lulu doch auch canceln mit deiner Ult. Und was mit Naut? Nautilus oder Lulu wird's wahrscheinlich werden. Also ich glaub Nautilus ist hart losing Bot Matchup dann. Ich würd für Lulu gehen. Dann geht Lulu. Dann mach das nicht wirklich. Geri, Lulu. Am Ende ist das unser Draft. Zu Lulu! Also wenn die jetzt Karma gehen, ist scheiße, ne? Das ist richtig scheiße, glaub ich, für uns. Aber unser Draft ist besser als der letzte. Der letzte war echt shit. Also für uns Bot ist fein. Botlay Matchup ist nicht so schlimm. Naja, jetzt schauen wir mal, was die noch so ein Port picken. Ja, aber wenn die Kam... Also eigentlich nichts, was die jetzt picken können, womit wir hart verlieren. Wieviele Subs hat Mango? Das ist die Frage, die ich mir grad stelle. Was? Warum? Warum? Ja, weil der hat nen Ice, hm hm, als Emote. Äh. Und ich hab immer noch Emote-Check. Einen Ice, hm hm. Oh, Red ist glaube ich sehr viel besser für uns. Ja, das ist richtig. Ich werd Guardian spielen. Ist das nicht saubad der Real-Pick hier? Ja, ich glaub Kamerweg, Alter. Wir sind Komfort. Das ist echt voll bad für die. Wir haben nur Komfort für die. Also die generell, Guys, ne? Wir haben gegen die Scrim, die fighten überall und alles, wenn sie einen Step sehen, den ihr zu weit nach vorne macht. Also die sind ready mit 5 Mann überall zu hart committen. Egal wie die Waves stehen, egal was Sache ist. Die sind richtig horny auf Fights. Okay. Gut, wir sind genau das Gegenteil. Meistens. Wir wollen auf gar keinen Fall fighten. Wir haben ein gutes Match mit Coaching to Fiora, ne? Kars auch gut gegen Fiora? Ja, ja, das wird fein später, auf jeden Fall. Das Early ist mit ein bisschen rough und wir mit Priority kriegen, ne? Wollen wir Clans Heal spielen? Auch wenn Clans nicht so geil ist, aber ich weiß nicht. Ne, du kannst Heal spielen, dann spiel ich Ghost, aber Clans. Ja, so können wir machen. Aber ich will keine Ignite spielen. Ja. Mein Twitch-Chat fällt auf, dass wir keinen Tank gedraftet haben, Leute. Es hat äh... Scheiße. Coach Twitch-Chat ist nicht zufrieden hier. Dulu wird Karsix oder Jack schon zum Tank, oder? Halbwegs. Ich werde nicht zum Tank. Ey, wenn du Wuser-Karsix spielst mit Dulu und Jack, ist das schon noch weiter? Ich habe in letzter Zeit immer Eclipse gespielt. Oh, okay. Nevermind. Dann wirst du nicht zum Tank. Aber ich glaube, im Game Game ist Gordwinker ziemlich sicher besser. Mach, was immer für dich spielen. Drei Melee ist ja eher besser. Ist wohl schon besser. Der spielt voll Lane, also ja. Aber wenn er die Karma gehabt hätte, müsste ich Eclipse gehen. Aber so ist Gordwinker fein. Ja, mit Karma wäre ihr Team-Fall ziemlich shit, ne? Der sagt gar keinen Call-Rub. I guess so. Was war das denn? Okay, guys. Erster Dragon ist sehr broken. 3K? Ja. Keine Private-Offue, ne? Nee. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Welcome to Summoner's Rift. Sorry. Kani ist da. Bin da, bin da, bin da, bin da. Ey, Zac war hier oben. Warum hab ich denn gesehen? Drew hat keinen Pot gekauft? Why? Jacks auch nicht. Äh, Zac auch nicht. Tatsächlich ist das glaube ich gar nicht mal so bad, keine Pot zu kaufen. Why? Das machen mehrere Jungler in letzter Zeit, ja. Auch der Top-Liner. Nicht im Jungle, also wenn du Level- Anyways, Slow-Pushen kannst du den Best-On-Base. Äh. Ja, aber wenn du alles lastest, hast du eh Kalt und einen Pot. Auch für Level nicht, ne? Nee, aber das kriegst du doch glaube ich so nicht. Ja, wenn du keinen CS musst? Wenn du 19 CS kriegst, auf den ersten drei Waves, glaube ich trotzdem nicht. Das ist, äh, knapp. Er kriegt den Bottle in Pryo. Also wir können fighten. Aber ist halt, ja, also... Ganz schwer eigentlich, dass du die Gruppe gegen Raisen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube Level 1 sind wir stärker. Also ich bin Full-Tank, Ludo, ne? Gerade Gold gefischt, das macht mich so glücklich. Wie bitte? Das Problem ist halt, wenn wir Pryo kriegen, kann Zac halt so Levels... Nice. Wie hast du das bekommen? Backs passive. Ey, fisch jetzt im River. Also willst du pushen, dann können wir's kriegen. What the fuck? Bist du angeln gegangen? Ja, ich bin zwei Gold gefahren. Zwei Fische. Was? Ja, du kriegst jetzt Gold, wenn du Jacks pust. Cool ist das denn? Du kannst im River angeln, ja. Ja. Also gehen wir zu unten für Pryo oder nicht? Äh, wenn ihr sicher Pryo kriegen könnt, ist das egal, ja. Doch, können wir. Weil die leischen nämlich auch grad. Ja, den Gang sollten wir überleben. Äh, gehen wir nicht davon aus, dass sie leischen. Haben's den? Ne, ne. Ich kamen aus dem River, aber... Die haben, glaube ich, nur geschießt. Pryo schießt wahrscheinlich. Ja, mein P schon. Jura hat auf jeden Fall nicht gelischt. Also ich würde von einem Topside-Start ausgehen. Oh, das war nicht so gut. Boah, dass die da nicht reingehen. Ja, ich hab doch ein bisschen Schiss gehabt gehabt. Ja, ich hab doch ein bisschen Schiss gehabt gehabt. Gehen Botline rein. Wir werden unten blind. Ich glaub, ich hab nicht Flaschen gehabt. Mhm. Ich hab leider keine Ahnung von dem Match-Up. Das Problem ist, dass ihr Sekt unten sein kann und du hast keinen Flash. Ich komm über die Wall hier. Ich los hier. Also du hast E? Ne. Ich hab leider keinen Schwer für den Kanonemann. Und Pryo verliert ihr, ne? Oder wie? Ist even gerade, aber... Also Mitte hat Heavy Pryo auf die Wall für jetzt. Na gut, dann... Heavy Heavy Wall. Das ist ein riesen Wall für die Wall. Ich hab leider keinen Schwer für den Kanonemann. Wir haben noch Pryo. Wir haben noch Pryo. Aber wenn Mitte so aussieht, glaub ich, ist das schon nicht so gut. Ja, ich kann jetzt... Es dauert bis sechs. Um sechs und sieben rum kann ich dann anfangen, wie du was zu machen. Also ich hab keine... Du musst actually jetzt warden gehen. Oder dann müsst ihr sehr vorsichtig spielen, weil ich kann nicht... Ich kann nicht klappern. Ich werde jetzt durch Mitte in Richtung... Actually, Zack ist... Zack ist zum... Okay. Zack hat auch am Blue angefangen. Okay, hat geflasht. Well... Bei der oder wer hat geflasht? Äh... Nur eine hat Flasht. Das macht's natürlich gleich. Der macht jetzt die Top-Krabbe. Bei denen? Ich brauchte nach Hilfe, ne? Also mein Wave ist sackt. Ich kann... Ich kann... Die nächste Wave... Oh mein Gott, you're kidding me. Hat der E? Nee, der hat kein E, aber hat Flasht noch. Ich kann ihn nicht töten. Kannst du nicht, ne? Das ist mal wird. Aber... Vielleicht kann ich Zeit rausholen für dich. Mhm, ich dp. Ja, dann gewinnen wir, ne? Ja, vielleicht gehen die Reihen noch durch. Meinst du, kannst das Bait? Ich geh auf den Sack jetzt, ja. Und die Bait gepusht? Die hat kein Flash. Wir killen den. Das ist gut, oder? Sehr gut. Glaub ich auch. Okay, dann lass aber Sack noch. Kannst du mir hinten helfen? Ich hätte eigentlich nicht Pullen sollen. Ich bin fein, wenn wir die Bait einfach auf dich. Mhm. Das ist ein guter Job. Jutsch. Der ist auch noch geflasht, ne? Der Asierger ist gerade. Ja, genau. Wir haben gerade gehealt. Mhm. Oh, ich hab Heal dabei. Das ist, glaub ich, illegal, ja. Sehr schön. Äh, Railflash. Äh, ich hatte ihn jetzt. Ich hatte ihn nicht. Aus der Base wird er zur Bromp rennen. Ich glaub, 6 ist. Ja, ja. Ich hatte nicht genug Mana für eh, sonst wär ich nachgeflasht. Äh, äh. Hast du uns sehr gut, Railflash defensiv zu fliegen? Ich seh nur unser, unser Full-Cult-Tier-Gaming. Ja, was soll man ein bisschen scaleen hier, ne? Also, ich, wenn irgendwo diesen Dragon kriegen können, ne? Das wär, also, wundervoll. Das wär huge, ja. Aber ich glaub, Botlan, ihr seid viel schwächer gerade, ne? Nö, nö, nö. Kannst du direkt zum Dragon rennen? Und diese Pflanze hier benutzen? Ja. Weil der Skate, er könnte ihn aus der Base machen, äh, also... Das könnte sein. Wenn wir einen Engage überleben, sind wir nicht viel schwächer. Also, wie gesagt, die Rail hat keinen Flash. Aber halt ex. Der Mid-Flash ist noch down für 3 Minuten. Ein bisschen über 3 Minuten. Okay, sehr gut. Das bedeutet, dass der Sack muss hochparken. Wenn wir Prios bekommen, können wir Instant Dragon machen. Wir brauchen aber wahrscheinlich... In einer Minute, würd ich sagen. Oh, er fängt ihn an, er fängt ihn an. Könnt ihr Botlan contesten? Du wie du? Die Pryo meinst du? Ja, ich bin auch hier, okay? Ja, können wir contesten, ja. Aber der kann halt abbrechen und Botmogen theoretisch. Nein, nein, wird er nicht machen, wird er nicht machen. Ich hab Pryo, ne? Wir haben auch Pryo. Er hat abgebrochen, er hat abgebrochen, er hat abgebrochen. Der droppt da was für. Sehr schön, das ist schon genug, das ist schon genug, das ist schon genug. Okay, der abgebrochen. Vorsicht, die Botanistar. Actually, kannst du nochmal checken. Ja, wir haben Horrible Waves. Actually, der hat nicht abgebrochen. Zack, kein Flash, keine... Also, der ist sehr low. Ja, ja, ja. Ich bin so gut auf Kha'Zix, ne? Sorry. Ich tue so was. Äh, wir können doch gar nicht umnehmen, wenn Solo ein bisschen zonen kann. Ja. Come on. Hier? Backlash? Rell kann Flash, Rell kann Flash. Die sind sehr, sehr low, wir können... Bitte Dragon, let's get Dragon. Das ist so illegal. Das ist so illegal. Das ist so illegal. Ah, actually... Also, der Dragon ist mehr wert als alles andere. Ich bin Feinbad, ich bin Feinbad, ja. Aber der könnte actually da sein, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich hab kein Mana. Null. Ja. Soll ich kommen? Es wäre wahrscheinlich besser. Zumindest Hammer wäre geil, aber ich glaube, er got it already. Er ist Bob, okay. Er ist Bob, okay. Er ist Bob, okay. Bist du fein? Ja. Okay. Geil, guys. Das war wirklich sehr... Nein, 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 nein. Er hat nur gut gesagt. Mein ganzer Twin Chat, ey, alles ist voll damit. Bären stark, guys. Bärige Performance. Äh, was? Ja, das ist glaube ich auch nur, das Wort benutzt man nur in Bayern, oder? Ja. Ja. Hat mein Bärige Performance? Ich hab's noch nie gehört. Das gibt's tatsächlich in Bayern, ja. Mein Opas hat das auch gemacht. Der facken alte Leute, alte Bayern sagen das. Ja. Einfach was, was sehr Positives. Was sehr Positives, genau. Das ist dann... Bärig. Genau. Das ist ein saubäres Play. Ich werde doch der, wer hier six ist. Die können wir eigentlich instant fighten. Oh, ich will den Ken Minion haben. Real Miss, käme mit. Wieder da. Ich werde hier six. Äh, ich noch lange nicht. Ach, du liebes Lieschen, ich bin tot. Ich hätte vielleicht wieder übermütig werden, wie im letzten Game, oder? Ich wurde ja so gebated. Peace, 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 peace. Schade. Sorry, fahr mal mit. Wollen wir Harald instant rushen? Ich muss warten, bis ich ultiere. Ja, ich würde den nicht hinten wollen. Ich hab ne Waveflash. Weil ich hab Priorität. Ich bin 10 mal stärker als die. Look, items. Ich bin 10 mal stärker. Die haben jetzt Priority. Die können jetzt gleich Full Swapen für den Harald, ne? Hat Sek geultet? Ja, hat er. Ja, hat er. Dann ist ja keiner weak. Das ist sehr, sehr low. Oder Solar? Ja, hat er nicht. Die Borderline wird Full Swapen. Ihr müsst aufpassen. Wir sind beide stark. Full Swapen? Ja. Das ist voll der Ordnung. Also, die haben keine Junk-Habs. Die können Harald kriegen. Pass mal mit auf. Ray könnt ihr hier. Ich gucke Mitte, Freddy. Äh, ich will das contesten. Nein. Ray und Zahia, ist okay. Ist okay, ist okay. Ich glaube, ich kann nicht sterben. Lora ist sehr, sehr weak. Okay, der Sek geht wieder Bot-Side. Guys, die sind Bot-Side. Die sind Bot-Side. Die sind Bot-Side. Ich versette und ich kann nicht ganz TP'n. Ich bin bald Level 6. Ich glaub, du brauchst mich auch nicht mehr. Wir waren ein Fuck of War oder so. Dann ist das hier auch noch. Also, wenn du nach 12 kommen könntest... Das ist ja so ein Recall. Also hier geht Base. Also hier geht Base. Aber ich bin ziemlich sicher safe also. Wenn du was besser zu tun hast, tu es an. Ich hab nicht Gold. Ich kann keine Platte kriegen. Ray unten. Ich bin ausgebreitet. Ich bin ein ganz Level-Hit. Good Job. Aber ich glaub, jetzt gewinnen wir nicht. Wenn ihr über den Jungle checkt, wäre das geil. Zumindest einer. Ja. Ich kann machen. Vielleicht findet ihr da einen Sekt. Noch mal ein Quick-Base. Wäre actually gut für Worts. Die könnten auch schon nicht stimmen. Das kann ich. Ja. Die stehen hier. Die stehen hier. Oh. Die können es bleiben. Ich geh rein. Die können nicht bleiben. Die können nicht bleiben. Ja, aber sie gehen trotzdem. Ist safe, was? Ja, ich bin fahrend. Ich bin bing chillin. Ich kann einfach nicht. Was haben die Views? Sec you. Wann bist du Six? Äh, 3-4 Minions. Ich glaube mit deiner Ulti fangen wir es nicht. Ja, ja, nein. Ich bin auch ein paar Minions. Ich bin auch ein paar Minions. Kann sein, dass irgendwer hier unten ist. Der ist gerade immer mit aufgestattet. Ja, ja. Ray kann hier sein. Okay, ich habe jetzt Ulti. Wenn du mich einmal abholen kannst, bin ich immer bei dir dann. Aber wir können nicht. Aber wir dürfen nicht. Nein, die können ja durch. Ich bin nicht. Wir müssen, wir müssen. Wo gewinnen das? Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich krieg den hin. Krieg ich? Ist es für Mythic? Nö. Lass Mitte pushen, lass Mitte pushen. Ich geh mit in die Mitte. Der war Lor, der muss tippen. Von nach der Knappe. Der hat ja tippen. Wollen wir hier auf die Bottlen kommen? Die haben alles ready. Die Bottlen ist sehr scary. Wir gewinnen nicht gegen den Bottlen. Aber wir sollten zumindest ein bisschen weg pushen. Kann Firo da sein bei mir? Ich werde den Asi noch mal canceln. Die Bottlen ist genau hinter dir. Ich geh nach links. Das macht Spaß. Erst beim Psychopath auf dem Champion. Mich stresst es immer unglaublich. Aber es ist trotzdem immer weh. Das sieht juicy aus zu zielen. Aber don't do it, I think. Riech da jetzt gerade mit Kuhn. Wir machen Drake als nächstes. Dann kann ich jetzt hier direkt Package mitnehmen. Ja, 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 für schon. Bott hat auch keinen Research. Ich hab nen sehr guten Bass. Der Zac ist hier gerade an den Golems. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er nicht denkt, dass er Dragon contesten darf. Also wird er Topland spielen. Ich werde dann rausgehen. Wenn ich dann... Wir fighten den Dragon, right? Ja, das ist sehr gut für uns. Bott ist jetzt der Space gerade. Ah, du machst noch Brett, ne? Noch 30 Sekunden rein. Nein, nein, nicht mein Dillen. Ah, top set. Raymove top set. Raymove top set. Aber wir können auch top set counteren. Wenn Tolkien die Zeit rausholen kann. Nee, ich beschlange Deaths. Okay, okay. Dann lass die Midwave hier nehmen. Also Sport. End minute ist mein Shotgun aus Game. Okay. Braucht ihr mich so ein Spiel für Plates? Ähm. Was? Kein Großkannolz? Ja, ja, ja. Verspäts, verspäts. Er hat auch kein alter Säck. Mit du hast dich mal gequillt. Sehr schön. Natürlich. Na, tsch. Das ist mal ein fetter Schotter, ne? Oh, bitte. Oh, das war nicht der Klick, den ich wollte. Wenigstens hat der Säckchen genommen. So viel hier wird's. Ja, wie völlig klar. Ich kann's mit den Plan noch kommen. Ich hab' mir vorrein gefaltet, mein Bett, ne? Das können wir allein lassen. Das ist ja so, ich hab' mir den Jungle. Ja. Da blows, wenn du zerfachtest. Kannst du nicht stellen, Solo? Ich bin ja der Tank-Dolo. Falls jemand kommt, würde ich den ganz schönen. Reddance-Mitte. Es kommt mit der TP. Kommt niemand, es kommt niemand, es kommt niemand, es kommt. Die 300 Mitte. Die wollen gerade vier Mann top. Kann rein sind. Jetzt kommt sie noch. Äh, ich will das Feiten-Geist, oder? Seck ist ja nicht da, hier. Wollen wir? So lang? Ja. Ein 6 sollte noch keine Ult haben. Lebe, Aguburin! Ich spiel' keinen Enchant, Leute. Oh, jetzt war weg. Haben wir noch was für mich? Ich hab' ein bisschen geändert. Na, meins? Da ist noch ne Rel? Warte, das ist doch actually close, ey. Ich hab' ganz kurz. Aber ich hätte mich auch Flash holten können. Das war schon sehr fun. Genau, noch? Ich hab' kein Jump-Ladder. Ich hab' keine Ahnung mehr. Keine Ahnung mehr. Ich hab' keine Ahnung mehr. Rafe ist vielleicht drin. Die Base hier danach. Oder wir spielen die Tower. Bitte gibt's Splatten? Oh. Danke, Karne. Ich hab' das Missplatte. Ich pull' schon bitte raus. Ab dich, Chef. Von der Rafe. TP. Also, ja. Wirst du die Rafe? Ach so, ich hab' die genommen. Ja, das ist eh klar. Ne, ne, ich wollte nicht. Äh, wollt ihr bitte jetzt? Ja. Gateforce is ready von der Xayah. Ich bin so froh, dass ihr alle überlebt habt. Oh mein Gott. Bei wem? Bei wem? Bei wem? Überlebt? Da ist ein Bär drin. Oh, oh, oh. Ne, ich hab' Agurin zu Clutch gesaved und dann einen Cockstar. Das ist, das, das, es ging nicht anders. Da ist aber ein Bär drin. Das wird Toyhold. Zur Kasse. Ren ist hier hinten dran. Okay. Zur Kasse. Oh, feels gut. Feels Batman, wenn man im Stream Minus macht. Das ist schwer für die Bären. Ich würde sehr gerne für Level 11 spielen. Rel is here. Also, das gibt mir, glaube ich, Level 11. Und dann haben wir in 50 Sekunden Harald. Aber also bis, aktuell kein Play, okay? Die sind, die sind hier in unserem Top-Seite. Du warst auch geblased, für the mine. Mein TP drei Minuten, mein Pack ist 2. Müsst du mit ein bisschen auf Zack aufpassen. Kein Fisch. Mh, ich hab aber Volt hier. Michael Goliens hier? Ja, ich glaube das einzige Play, was die haben, ist auf uns Superlips. Genau. Volt ist sehr free. Also theoretisch ist die Grump auch von ihm, wenn du das schaffst. Nämlich gleich ja. Mh, können wir hier retaken? Achtung, mach ich noch nicht drauf. Ey, Jura sehr spät Top-Line. Gleich ist die Bot gegangen, Freddy. Wir müssen, glaube ich, kurz noch warten, bis hier mal Bot ist. Ja. Grave Tower ist auch low. Was kannst du dir gunnen? We have a dead Korki. Hey, 5 Gold. Herald is one. Sag ist unten. Ich fang direkt an, ne? Das ist echt disgusting, ey? 11er Mitte. Ich hab den Schatter bekommen, weil ich bin noch gut ins Herste dabei, I guess. Aber der hat auch nicht geschattert vorhin bei dem 4-Mann-Gang. Naja, der hat viel bekommen. Yay. Let's float. Will irgendjemand Anti-Heal gehen? Ich glaub, das ist nicht so bad, hier, ne? Ich glaub, das ist nicht so bad, hier, ne? Äh... Sonst geh ich, sonst geh ich, sonst geh ich. Ich würd ja meistens fighten, oder so. Ich wär am meisten hinten, I guess, mit dem Anti-Heal. Aber wirklich, ich würd schon sehr, sehr... Gerne Bock für die Verzeige auch, ja. Ist nicht schlecht. Actually... Sola kannst du mir den Kamin stehen lassen? Wo komm ich denn in time hin? Ich würd ehrlich gesagt hier Harriton. Und dann drück in beide Türme kassieren. Das geht, das geht, das geht, das geht. Ach, geil, jetzt hab ich mir Fick. Wenn ich für oberer Match hab ich immer noch sehr viel Stärker. Ich würd ja Harriton das, ich würd ja Harriton das. Aber ihr müsst sehr aufpassen wegen Zac, okay? Also... Das wird nur ein Charge. Ich ulte den Initial Knock-Up, wenn's auf... Aber nur wenn's auf einen Fall ist. Der kommt, der kommt. Der kommt, der kommt. Ich kann ihn slowen, also du kriegst easy Hits hier. Ich geh rein, ich geh rein, ich geh rein. Es ist noch fährt. Ah, Simbo-Flag ist und ich hab DP. Meine Ult ist raus. Okay, das war's, den hab ich nicht. Hinter die DP, Freddy. Du bist so fein. Ich hab auch nichts mehr gerade. Oh mein Gott. Ich gebieter die, ganz langsam. Bitte stirb nicht. Dann würdest du's raus. Die muss auf dich turnen, basically. Können runter. Ja, die ist schon tot, die ist schon tot. Gönnt euch gönnt euch T2 into reset. Ah, batz. Bragging ist auch in 40 direkt. Genau, T2 into reset. Perfekt, wir werden direkt ins Rock geschafft. Hm, klasse. Ich will mich hier anstechen. Achso. Ich bin echt nicht so schlimm. Ja, ist einfach Mist Gold. Aber es ist nicht so geil, wenn der Gold auf dich bekommen hat. Weißt du? Jetzt gleich kommt Zag wieder. Ich bin jetzt wieder um. Ich bin jetzt wieder um. Ja, ja, ja. Ich bin Recoil, ne? Ich brauch sehr viel Kohle, ich glaube. Zack, jump dich gleich Botlane an. Ja, ich weiß. Ich geh gleich raus. Äh. Wollt ich die kurz klären einmal? Ich denke schon. Wir können Zeit rausholen, denke ich. Ich hab kein TP mehr, ne? Ich hab kein TP mehr. Aber wir sind spät, aber ich glaub nicht, dass er so einfach für die zu machen ist. Wo ist die? Ich geh mal Spear of Children, die so runter, I think. Nach Frozen Heart. Ist die Edge of Korki, ja, ne? Ja, ja, ja. Oh, das sieht echt juicy aus. The Korki is big. Korki ist actually wieder richtig gut. Also, wirklich. Der Kritschinsch hat ihm so geholfen. Okay, die geben den Dragon up. Was? Egal. Soll ich den Raptor stehen lassen, oder kann ich nehmen? Nimm alles, nimm alles, nimm alles. Ich hab kein Zeug. Ich hab eine Rail gefunden. Ihr könnt auch schon Topside gehen, ne? Der Dragon is free. Ihr sollt den Turt maybe defenden. Okay. Nach der Meta Wave, okay? Sehr weird. Oder was? 4 Tops. 4 Tops. Ich mag keinen Shutdown, wer. Ich mag keinen Tops. Ich hab keinen hohen Hogan bis defenden, ne? Wir haben Fiora Teveed benutzt, das war's glaube ich. Ja, keine Ahnung, dass wir überwischen laufen, ne? Ähm, ihr müsst extrem vorsichtig sein. Also, ich bin immer safe, ne? Du musst erstmal... Wir haben alles, haben sich im Ulti. Ich glaube, wir sind sehr schwer zu bringen. Ich nehm noch eine mit. Also, es sind drei Leute oben, ne? Ich geh jetzt mal, ne? Oh, ich hab meine Leute geblüht. Oh, ich hab meine Leute geblüht. Irgendwann muss sie doch auch mal reposten, oder nicht? Ich komme jetzt hoch. Falls die rauskommt, ich hab Cleanup, ne? Ich hab Cleanup, ne? Oder ist nicht flashen müssen? Ah, ja. Ich hab Cleanup-Greis irgendwann. Gehen die unten für dich? Ich hab meine Leute, die zwei Strecke geblasht. Ja, wir kriegen zwei Türme, ne? Actually, ihr braucht mich nicht. Ich nehm noch, ich nehm die nächste mit. Ihr solltet dafür gehen. Oh mein Gott. Arnie, kannst du zu mir kommen? Wahrlich. Wir können dann vielleicht dann nach Cleanup gehen. Wenn sie, wenn sie weiterhin so spielen, können du und ich roten, roten Karling. Toll. Ja. Ich mach ich von Baden töten. Wenn du Slow spielst, ne? Ich bin irgendwann da. Ich bleibe nicht. Kannst du die sehen? So leicht bin auf dem Weg. Ja. Wir können den Tower nehmen, oder? Ich glaube, die sind jetzt gleich wussbar mit Fiora. Good base. Fiora kennt die vier. Nice. What the fuck? Die war sehr, sehr low, die meine. Die muss gebased sein, oder? Ja. Die hat die Rote auch noch hinten getroffen. Ah, guck, das Damage fühlt sich wieder genauso an wie früher. Der ist so unfair, der Damage. Willst du den hier haben? Ja, du darfst den gerne haben. Ich ziehe gerade sogar die Grump zu dir. Die kommen aus Basel, brauche noch eine Weile. Ich kann noch slow, wenn du magst. Ich hab Öl. Und sie hat kein Flashband. Das ist eine Kombo. Und da wollte ich einfach raus. Also, ich würde, ich würde feiern, ich bin sau stark. Ich hab auch wieder die Pirate. Wir dürfen ein bisschen rein greenen hier. Ich bin auch da. Wir können verhalten. Easy. Warum hast du dir ein Check geschrieben? Das ist nochmal Bärwitz. Das sind zwei. Wie zwei? Ich würde nur, wenn ich skippen, wenn der echte Schlosser ist ein Konto zum Bärsten gefüllt. Ja, ich hab ihnen ja nicht gesagt. Aber du hast ihn geschrieben. Das macht es nicht besser, oder? Das fehlt eigentlich auch, ja. Achtung, die können Bot jumpen. Die jumpen Bot, die jumpen Bots. Ich bin hinter die. Das TPen, das TPen, ne? Also, da ist kein guter TP, wenn du kein Wort hast. Ich habe da keine. Also, die Rell? Ja. Das ist einfach Top-Man. Ja, ist gut. Was machen wir mit mit Line Ray? Ich würde ehrlich gesagt Reset und Nash spielen. Das ist nicht mehr gut hier unten. Ja, da nehme ich mit Line Ray. Passt auf Bot. Hm? Ich nehme kurz noch die Crud. Ich mach Infinity. Ich mach gleich das nächste Package. Das schmeckt's. Also, ich geh jetzt Anti-Heal. Na guess. Hm? Ich hab mir hier bei so einem Pot gekauft. Das ist sehr cool für dich. Ja, ich mein, die nächsten sollen wir entscheiden, das Game, oder? Also. Ja. Ich wollte dir jetzt direkt hinspielen. Seitdem ist aber nichts mehr passiert. Ich hab sie verstartet, seitdem ich auf K, oder was? Das ist richtig. Top-Man-Experience. Du bist actually, glaub ich, der stärkste Champion ist. Kann sein, dass sie hier Desperate raus machen gerade. Die sind reingenommen. Oh, ja. Also, hier ist irgendjemand, glaub ich. Das hab ich mein Gefühl bei Top-Man. Die sind actually saustark. Die sind bloß nie da. Naja. Ich bin mit Level 14 hier schon weg. Das tue, aber ich mein, bei der 3. Also. Auch nicht gerade schlechter. Mit welcher? Wie war das da? Oder was das jetzt mal? Wenn du für mich spielst, krieg ich Top-Man mit einem Bock. Auch der Kenne, weil sie denn der Sekt kann ja sogar von hier. Oh, also, wie wir müssen sogar das auch wollen. Okay, wir falten hier, wir falten hier. Aber Achtung wegen Sekt. Ich halte mein Jump. Moving, moving, moving. Moving, moving. Okay, ich würde Top-Man nehmen, wenn die raus sind. Was ist noch weiter hier? Es war ja keine Ulz. Ich hab noch Ulz hier. Vorsicht, Vorsicht. Na, wenn die Dash ist, helf ich dich. Mal bitte. GG. Let's gooo. Da ist irgendwie ein bisschen, ich hab ja auch so gedacht, jetzt kommt der große Package gleich noch. Das ist einfach jetzt vorbei, ne? Ist da vorbei? Wir können ja nicht enden, oder? Seid ehrlich. Nee, wir können ja nicht enden. Glaub ich auch nicht. Meint ihr nicht? Nee, es geht leider nicht. Nein, es geht leider nicht. Nein, es geht wirklich nicht. Nein, ich hätt schon geendet. Aber dann macht Soul. Soul, 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 Soul. Wärten Achtung nashen können, ne? Soul ist besser, glaube ich. Achtung nashen hätten wir vielleicht nehmen können, ja. Aber wir können einfach, Soul ist, glaube ich, wichtiger, oder? Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt Soul into... Soul into Nash, into end. Wir haben auch gleich BT ready. Wenn wir dein Package nicht brauchen, sollen wir einfach Botwave gehen, honestly. Wie bitte? Wenn wir nach Drake, dein Package nicht brauchen, einfach Topwave gehen. Mit TP. Enemy new wave. Oder Botlane. Ich würde WTP fühlen, ne? Oh, hier ist was, hier ist was, what? Ich hab grad nichts, Alter. Wollen wir da ein Package? Noch nicht. Noch nicht genug. Ich kann den Checkzins landen. Möcht den wirklich Packagen? Ich mein... Dein Score. Der ist raus. Der ist nicht raus. Der ist nicht raus. Der hat noch keine Rülf, der hat noch keine Rülf. Ich komm ja auch noch dran. Der ist dead, ne? Oh, der ist so... Oh, die ist ja... Was ist mit dir passiert? He exploded? Ich appreciatee, dass das es probiert, ne? Oh, da ist noch eine Rail. Hat die Smile, oder was? Ne, der Säck ist da... Ne, halt. Die Rail und der Säck waren da hinterher, weil der hat den Buff drauf. Ohne Smile. Hmm. 'll werden die Leben lassen. Ne. Oh, Frederik. Ich bin so alt, ne? Oh, mein Gott, eine Sekse, ab. Sekse, ab. Sekse, ab. Sekse, ab. Du willst dich in, deswegen. Ich kann nicht enden. Wenn es noch weiter läuft. ich habe auch einen Fern. Aber das erzählt der Tolkien. Doch nicht. Ich hab gefehlt. Guck mal eine Rail von hinten. Rein, rein, rein. Nein, blöde, Team. Ich werde auch noch schnappen hier. Cool. GG? GG, Wild Blitz. So, jetzt kommen die, die uns gerade rauskippt. direkt im anschluss ich hab mein teppel gefunden ich glaube es ist kocht das war eigentlich mehr so der agro in k6 wir haben was er jetzt auch nicht gefühlt dass er die länder sie hab dir richtig gewonnen ja ich hab der repliker war es echt nicht